GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge GrazCast. Wir sind heute zu Gast im Merkur Eis Stadion, in der Heimat der Moser Medical Graz 99ers, wo wir heute den Kapitän und Eishockeyspieler Daniel Oberkofler interviewen dürfen. Wir wünschen euch viel Spaß. Daniel, danke, dass wir da sein dürfen. Danke, dass wir da so direkt fast am Geschehen, wenn es geschehen würde, also in der Eishalle bei dir sein dürfen. Und bevor wir jetzt ins Gespräch starten, würde man dich kurz vorstellen. Genau. Daniel Oberkofler ist Eishockeyspieler und Kapitän der Moser Medical Graz 99ers. Der gebürtige Grazer ist in der Jugend der Graz 99ers groß geworden, wechselte im Jahr 2006 aber zum EHC Linz, wo er den Sprung in die höchste österreichische Spielklasse schaffte und 2012 sogar den österreichischen Meistertitel errank. Nach mehr als zehn Jahren in Linz wechselte der heute 32-Jährige zurück in seine Heimatstadt zu den Graz 99ers, wo er seit 2017 unter Vertrag steht. Der Eishockey-Crack gilt mit über 800 Spielen in der österreichischen Eishockey-League als einer der erfahrensten Spieler im Kader und bereichert mit seiner Dynamik den Sturm der Graz 99ers. Lieber Daniel, mit wie viel Stolz erfüllt es dich denn, dass du in deiner Heimatstadt, deinen Heimatverein, bei dem du groß geworden bist, nur als Kapitän aufs Eis führen darfst? Ja, es ist natürlich eine sehr große Ehre, weil ich glaube, es hat dann doch nicht so viele Spiele gegeben, oder sagen wir mal Grazer, die beim Heimatklub noch wirklich Kapitän waren. Deswegen ist es natürlich eine große Ehre und es freut mich natürlich extrem. Stell dir jetzt vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs und plötzlich spricht dich wer an und würde gerne wissen, wer du bist und was du machst. Was antwortest du? Ja, ich würde mir das nicht vorstellen. Ich würde sagen, ich bin der Daniel Oberkofler. Was ich mache, ich spüre schon seit meinem, keine Ahnung, seit kleinem auf Eishockey und eben seit meinem 18. Nehmen Sie ja profimäßig Eishockey und ja, ich werde dann vielleicht, wenn er mehr wissen will, ein bisschen was erzählen von meiner Karriere. Wie würden dir jetzt ein paar ganz spontane Entweder-Oder-Fragen stellen? Also das ist einfach alles aus dem Bauch heraus zu beantworten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Ich bin am liebsten, ich fahre am meisten mit dem Auto, aber ich bin sehr gerne mit dem Fahrrad unterwegs, deswegen würde ich Fahrrad nehmen. Frühaufsteher oder Abendmensch? Beides. Schlossberg Bahn oder Schlossberg Treppe? Als Sportler natürlich Treppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Punsch trinken. Kasematen oder Dom im Berg? Kasematen. Und zu guter Letzt, Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ohne. In unserer Anmoderation haben wir jetzt dich schon ganz kurz vorgestellt und deinen Werdegang. Wie würdest du aber deinen bisherigen Werdegang aus deiner persönlichen Sicht kurz zusammenfassen? Ja, wie würde ich den zusammenfassen? Als Erster muss man sich ja mal von klein auf, muss man mal anfangen, muss ich mich mal bei meinen Eltern bedanken, die, glaube ich, extrem viel geopfert haben für meine sportliche Karriere. Keine Ahnung, es fängt schon mit zum Training führen die ganze Zeit, Hausrüstung kaufen und so weiter. Das ist ja alles nicht billig, deswegen sind schon einige Kilometer gefahren mit mir, nicht nur in Graz, sondern auch durch ganz Österreich oder woanders hin. Deswegen fängt es da mal an, weil es gestartet hat die ganze Karriere. Und dann, ja, ich bin relativ früh, mit 17 oder was, bin ich in die erste Mannschaft gekommen von Graz, habe da schon ein bisschen mitspielen dürfen und bin dann mit 18, die damalige Trainer in Graz haben wir nach Linz mitgenommen und habe dann eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt in Linz, muss ich sagen. War eine große Freude, dort zu spielen, ein super Verein mit super Fans. Aber es ist dann irgendwann mal die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, so, ich will wieder in die Heimat, zu meiner Freundin, Familie und so weiter. Und ja, jetzt bin ich doch schon seit vier Jahren da wieder in Graz und ja, ich könnte mir zurzeit auch gar nichts anderes vorstellen. Was würdest du jungen Leuten, jungen Personen raten, die auch eine Profikarriere anstreben? Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist der Spaß an dem Ganzen. Ich habe immer Spaß gehabt, ich bin immer gern zum Training gegangen, sogar ich habe immer, auch wenn es anstrengend geworden ist für mich oder für alle anderen, es war immer einfach ein Spaß und einfach eine Gemeinschaft. Es ist so ein Zusammenhalt schon von klein auf. Ich habe jetzt noch super Kontakt zu Mitspielern, die schon, keine Ahnung, vor 10, 20 Jahren aufgehört haben in Eishockey. Deswegen, man findet da Freundschaften fürs Leben und einfach einen Zusammenhalt in einer Mannschaft. Das ist einfach etwas ganz Tolles. Und wie ich schon vorher gesagt habe, das Wichtigste ist, dass man nie den Spaß verliert und da einfach immer dran bleibt. Zu welchem Zeitpunkt in deiner Karriere hast du gewusst, dass du das Ganze professionell machen willst? Dass dieser Sprung in die Profiliga klappen wird? Ja, wirklich, rechnen, das wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht, weil ich relativ, also in einem ganz blöden Zeitpunkt mit 16 habe ich mich extrem schwer verletzt, weil ich fast meinen Fuß verloren habe. Und da habe ich eigentlich gar nicht mehr gewusst, ob ich überhaupt noch Meiser gespielen kann oder nicht. Deswegen, ja, es ist dann zum Glück super verheilt. Ich bin dann endlich wieder fit geworden und habe eigentlich gemerkt, dass ich vom Leistungsvermögen, dass ich da eigentlich nicht viel verloren habe. Und vielleicht hat man das sogar gut dann, wer weiß. Und ja, dann so mit 17, 18, wenn man mal ein bisschen reinschnuppert in die erste Mannschaft, da sieht man nachher schon, ob man da mithalten kann oder nicht oder ob man Potenzial hat dafür. Und das war so, so wie immer die Zeit, wo man ein bisschen realisiert hat, das könnte sich ausgehen mit einem Profisport. Wann hast du zum ersten Mal Eishockey gespielt? Ich war mit drei Jahren das erste Mal am Eis, also nicht jetzt da beim Eishockeytraining, sondern auf irgendeinem Teich habe ich gespielt mit meinem Papa oder versucht, auf den Eisen zu stehen. Und dann mit vier habe ich eigentlich angefangen, dann im Verein zu spielen. Das Thema Verletzungen habe ich schon kurz angesprochen. Das zieht sich ja bei fast allen Eishockey-Spielern durch, dass man ab und zu mal doch sich verletzt, vor allem weil der Sport ja durchaus sehr ruppig ist. Wie gelingt es denn nach einer schweren Verletzungspause auch wieder zurückzukommen, in den Rhythmus zu kommen? Ich sage einmal so, zu der Zeit damals, wie ich noch jünger war, war es natürlich einfacher, weil da steckt man das relativ schnell weg und man hat irgendwie ein Ziel vor Augen. Keine Ahnung, weil wir unbedingt wieder zurückkommen und was erreichen. Natürlich ist es auch, keine Ahnung, der Fall, wenn man älter wird, so wie jetzt. Ich habe eigentlich fast die ganze Saison jetzt nicht gespielt, die letzte, weil ich eben verletzt war. Und ja, ich glaube schon, dass man da extrem positiv bleiben muss. Mental muss man, glaube ich, extrem gut sein. Es gibt natürlich immer wieder Rückschläge, wenn man kleinere Verletzungen hat. Ich glaube, das gehört immer dazu. Aber wenn man mal wirklich eine längere Verletzung hat, glaube ich, muss man da wirklich mental stark sein und wirklich immer das Positive heraussuchen. Und das macht es, glaube ich, auch aus, dass man wirklich nach vorne blickt. Man weiß, dass wieder bessere Zeiten kommen. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste. Ja, schon. Auch ein Wahnsinn zu hören, weil du ja gerade erwähnt hast, dass du an einem Zeitpunkt ja fast das Bein verloren hattest und dann trotzdem positiv geblieben bist. Ja, gut, da habe ich jetzt nicht so viele Optionen gehabt. Wie gesagt, das war dann wieder eine andere Situation, sage ich einmal. Also, das war halt vor einer OP, da haben sie halt gesagt zu mir, sie wissen nicht, ob ich den Fuß nachher nach oben habe, nach der OP und so. Aber, ja, gut, man ist jung. Man denkt jetzt da nicht so drüber nach. Es wird schon gut gehen und es ist halt auch was anderes. Ich glaube, wenn man das jetzt wieder sagen würde, dann würde ich da sicher anders reagieren drauf. Und was war vielleicht so dein größter Erfolg bisher oder zumindest der Erfolg, auf den du am meisten stolz bist? Ja, natürlich. Wenn ich jetzt das Sportliche betrachte, ist es sicher die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Teilnahme an Weltmeisterschaften und natürlich der Meistertitel mit Linz. Wenn man sieht, welche Vereine die letzten Jahre immer Meisterwürden sind, da gibt es nie oder seltener mal einen Ausreise. Es ist Klagenfurt, Bozen, Salzburg, also da gibt es relativ seltener einen Ausreise. Deswegen war es schon eine super Sache, damals mit Linz. Und, ja, natürlich Olympische Spiele. Ich glaube, das erlebt man auch nicht jeden Tag, vor allem im Eisegesport in Österreich. Wir haben uns da wirklich reingekämpft. Gegen Deutschland haben wir da gewonnen in der Qualifikation. Das war natürlich eine super Sache. Und ein Erlebnis, das natürlich sein ganzes Leben lang nie vergessen wird. Wie lässt sich der Gewinn einer Meisterschaft beschreiben? Kann man das überhaupt beschreiben? Es ist sehr schwer zu beschreiben, weil man kämpft wirklich so hart die ganze Saison. Und es fällt da so viel Last noch auf einem runter. Man steht quasi permanent unter Druck, wenn man doch unbedingt gewinnen muss. Und ja, es ist wirklich schwer zu beschreiben. Also, wenn du wirklich nachher beim Ziel bist und das Ziel ist erreicht, dann fällt da so viel Last runter und so viel Druck. Und man hat so viele Glücksgefühle, dass man das gar nicht beschreiben kann. Also, was da nachher gefeiert wird, das ist dann... Da sieht man nachher, wie viel Energie man eigentlich titelfall setzt. Du hast das Thema Druck jetzt schon angesprochen. Bist du nervös vor EISO-Gespielen oder während EISO-Gespielen? Wie kommt man damit zurecht mit diesem Leistungsdruck, den man doch wahrscheinlich hat? Ja, ich bin mittlerweile doch schon einige Jahre dabei. Und ich mache mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so eine Gedanken über Druck. Ich bin so ein Typ jetzt da, der einfach denkt, okay, ich muss eigentlich relativ locker sein, um erfolgreich oder gut zu spielen, sage ich mal. Und je mehr Gedanken ich mir mache, umso schlechter wahrscheinlich spiele. Deswegen ist es einfach, dass ich locker bin vor dem Spiel, dass ich einen Spaß habe mit meinen Jungs. Und das wirklich genieße. Ich meine, es gibt nichts Scheineres, als wenn man da rausgeht in die Halle. Und keine Ahnung, man läuft da einfach 4.000 Fans, die Halle ist voll. Und ich glaube, man soll das einfach genießen und wirklich jeden Moment schätzen, den man da spüren kann. Habt ihr in der Mannschaft auch Mentaltrainer wahrscheinlich? Wie wird eure mentale Stärke da irgendwie trainiert? Nein, in mir haben wir keinen Mentaltrainer. Also wir haben das, am Ende Linz haben wir mal sowas gehabt mit einem Mentaltrainer. Aber ich war jetzt nie wirklich der Typ, muss ich sagen, der das irgendwie in Anspruch genommen hat. Ich habe, wie soll ich sagen, mein eigenes Ding durchgezogen, sage ich mal. Und nie wirklich was braucht. Mental halt, dass ich irgendwas, keine Ahnung, dass ich irgendeine Hilfe brauche oder so. Da war ich mir auf meiner eigenen Schiene und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert, sage ich mal. Was gehen einem so für Gedanken durch während einem Eishockey-Spiel? Also ist man da so im Spiel drin, dass man halt an gar nichts mehr denkt und alles ausblendet? Ja, das ist eigentlich genau so. Also man ist da so fokussiert und so mit dem Kopf im Spiel einfach drinnen, dass da gar nicht irgendwie viel Zeit bleibt, über andere Sachen nachzudenken. Also es sind ja doch extrem viele Emotionen und Eishockey ist ein relativ schneller Sport, wo du eigentlich immer jede Sekunde bereit sein musst, weil sonst passiert eben irgendeine Verletzung oder irgendwas oder Fehler am Eis. Deswegen, man muss da eben 100% immer bei der Sache sein und deswegen gibt es eigentlich nicht viel andere Sachen, über die man da nachdenken kann. Wie kann man sich einen typischen Arbeitstag als Eishockeyspieler vorstellen? Ja, da gibt es zwei verschiedene Arten. Also es gibt einen Trainingstag und einen Spieltag. Ein Trainingstag ist relativ simpel, sage ich einmal. Man kommt in die Halle, sowas um halb neun, dann macht man so ein Krafttraining, Aufwärmen und so weiter. Das dauert ca. eine Stunde. Dann hat man auch Wiederanalysen, das dauert ca. eine halbe Stunde. Und dann geht man eigentlich eh schon aufs Eis. Dann sind wir am Eis. Ja, jetzt schon zu einer Stunde, eineinhalb, kommt immer drauf an. Und danach geht es noch zum Radlfahren oder eben Kult an. Jeder, was er halt braucht, ist in seinem Körper. Und dann ist es meistens am restlichen Tag frei, außer es steht vielleicht in der Autogrammstunde an oder irgendwas. Das ist eigentlich, also ein Trainingstag läuft relativ locker runter, sage ich einmal. Und der Spieltag, ja, das ist dann schon was anderes. Da steht man auf, frühstückt was, dann fährt man in die Halle, da geht es zum Training. Da ist eigentlich wieder das Gleiche. Man schaut, dass es sich ja belaufermt vorher. Dann geht man aufs Eis, dann geht man runter vom Eis. Dann hat man Videoanalyse vom Gegner. Dann fährt man heim, tut ein bisschen was essen. Dann legt man sich vielleicht hin, eine Stunde oder zwei. Da ist jeder anders. Trinkt man vielleicht noch einen Kaffee, bevor man in die Halle fährt. Und dann ist man ja schon zwei Stunden vorm Spiel in der Halle. Auffärmen und so weiter. Und dann geht es ja schon aufs Eis. Und dann, ja, dann ist man da fertig, 23 Uhr. Dann geht man vielleicht noch in den Lippraum, isst was und dann geht es heim. Aber die schlimmste Zeit ist immer nach dem Spiel, weil ich da überhaupt nicht schlafen kann. Also da bin ich immer so aufgewühlt und schlafe ich erst so zwei, drei in der Früh erst ein. Das ist immer das Schlimmste. Und am nächsten Tag geht es dann wieder zum Training. Ja, das ist so ein klassischer Tag eigentlich. Schlimmer ist es natürlich, wenn man auswärts spielt. Da kommt man sowieso erst um zwei, drei in der Früh heim. Wenn man irgendwo in Vorarlberg spielt, dann am, ja, keine Ahnung, Freitagabend. Und um 19.30 Uhr ist das Spielbeginn und kommst dann vier, fünf in der Früh heim. Das ist dann schon nicht so lustig. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Ja, meistens am Montag frei in der Woche. Also wenn wir jetzt Dienstag, Freitag und Sonntag spielen, haben wir meistens am Mittwoch frei. Und wenn wir Freitag und Sonntag spielen, haben wir am Montag frei. Und wie sieht es in den Sommermonaten aus? Habt ihr da durchgehend Urlaub, Sommerferien wie die Schüler? Ja, wir haben quasi frei. Aber wir müssen doch. Also es hat jeder sein eigenes Trainingsprogramm, das jeder abspulen muss. Und haben dann am Anfang der Saison einen Radtest und auch andere Krafttests und so weiter, wo dann wirklich getestet wird und gesehen wird, wer hat was gemacht im Sommer oder wer hat was nicht gemacht. Und ja, da sollte man dann schon topfit sein, dass man eben für so eine lange Saison gewappnet ist, sage ich einmal. Gibt es jetzt beim Training fürs Eishockey, jetzt abseits der Übungen, vielleicht die direkt am Eis stattfinden, irgendwas, was ganz typisch ist, was man außerhalb der Halle trainiert? Schwierig. Also wirklich Dinge, die man am Eis machen kann, ist relativ schwer, dass man die Abseits vom Eishockey machen kann. Natürlich kannst du deinen Schläger am Buck nehmen und irgendwas von dort drauf hemmen, das geht natürlich schon. Aber dass du wirklich so ähnliches Training hast wie am Eis, das ist eigentlich sehr schwer. Du kannst vielleicht so England-Hockey spielen auf Rollen halt, das kommt dem Eishockey am ähnlichsten, aber sonst ist es relativ schwierig, sage ich einmal. Nach dem Sommer, also die ersten Wochen am Mai, da klappt man, man hat den ganzen Sommer nichts getan und ist nur daheim gelegen und da war es ja nicht, hat Bier getrunken oder keine Ahnung. Es ist die schlimmste Zeit im Mai. Okay, vielleicht konzentrieren wir uns jetzt wieder ein bisschen auf Graz an sich. Was wäre denn so deine Vision für Graz, vielleicht auch in Kombination für Graz und für die 99ers? Ja, ich glaube, dass einmal richtig schön wäre, vielleicht einmal einen Meistertitel nach Graz zu bringen. Also ich glaube, das hat es im Eishockey oder seitdem es den Verein gibt. Ich glaube, in der zweiten Liga sind es immer Meister geworden. Aber ja, ich glaube, die Fans und ich glaube, ganz Graz, für ganz Graz wäre es einfach einmal ein Wahnsinn, einen Meistertitel nach Graz zu bringen im Eishockey. Wenn man sieht, was wir eigentlich für ein Potenzial hätten an Fans und wie wir da vor zwei oder drei Jahren, weil das im Halbfinale waren, da war die Halle jedes Mal droschenvoll, es hat so viel Spaß gemacht und da sieht man eigentlich, wie gesagt, was eigentlich Graz für ein Potenzial hätte. Und ja, weiß ich nicht, wenn wir da am Rathausplatz einmal stehen könnten oder am Hauptplatz mit einem Meistertitel, mit einem Pokal in der Hand und ein paar tausend Leute wären, das wäre natürlich ein Wahnsinn, das zu erleben. Bist du zufrieden mit der Infrastruktur, die euch da geboten wird in Graz? Oder gibt es da auch irgendwie Potenziale, die man ansetzen könnte? Ja, ich glaube, jetzt mit der neuen Halle, das ist wunderschön geworden. Wir haben jetzt noch eine zweite Halle, die in der eingebaut worden ist. Wir haben, es ist eigentlich alles komplett neu. Also es ist richtig professionell, wie das alles abläuft da. Deswegen, ich glaube, dass da überhaupt keine Wünsche gibt für irgendwas. Also wir sind da top ausgestattet und können sehr froh sein, dass wir so eine super Halle haben und sonst herum alles passt. Das sind schon die tollen Fans aus Graz angesprochen, die euch da vor zwei Jahren, oder wann es nicht immer war, so super unterstützt haben. Und dann pusht das einen am Eis, wenn man mitkriegt, dass da so eine Stimmung ist? Ja, natürlich, wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man da aufs Eis geht und die Halle ist voll und da sind 4.500 Leute oder was, das ist immer noch, ich meine, ich spiele jetzt auch schon lange, das ist immer wieder was ganz Besonderes. Also da kriegt man Gänsehaut und man will sich einfach zerreißen für einen Verein. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das in jedem Spiel so wäre, dass die Halle voll ist. Wie anders war das jetzt in Corona-Zeiten, ohne Publikum zu spielen und nur durch diese Lautsprecher, wo sie sozusagen die Fängersänge eingespielt haben, wie anders war das? Ja, es ist leider komplett was anderes. Es ist leider wie ein Freundschaftsspiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist alles noch nicht lustig. Wir erleben von den Fans, ich glaube, den Fans taugt es, wenn sie in der Halle sein können, uns zuschauen können, uns unterstützen können. Und ja, ich hoffe wirklich, dass das bald am Ende nimmt und wir bald wieder vor vollen Rängen spielen können. Um jetzt generell auf den Profisportler ein bisschen zu sprechen zu kommen, interessiert uns, was entgegnest du den Kritikern, die behaupten, dass Profisportler oft unverhältnismäßig viel verdienen, während systemrelevante Berufe, wie etwa in der Pflege, ja sehr gering entlohnt werden? Ja, ich glaube, da kann ich jetzt noch was Falsches sagen bei der Antwort. Aber ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, wie viel Geld du überhaupt im Spiel hast. Ich meine, es ist okay, wir verdienen jetzt da keine Millionen. Also deswegen ist es jetzt schwer zu beurteilen. Aber ich kann das einerseits schon irgendwie verstehen, dass Leute, die da wirklich in der Pflege tätig sind, gearbeiten wirklich hart, nicht nur jetzt in der Pflege, wenn ich mir denke, oder wenn ich sehe, dass da Leute am Paus sind, Tag und Nacht und sich wirklich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißen. Also dann verstehe ich das schon, dass das für dich nicht einfach ist. Aber ich würde nicht sagen, dass es für uns einfach ist. Also wir haben zum Beispiel auch kein Wochenende, wo wir einmal mit unserer Familie irgendwas machen könnten. Wir spielen an einem Freitag in Thornbirn, wenn wir ein Bech haben, spielen an einem Sonntag in Potsdam oder Innsbruck oder keine Ahnung wo. Deswegen sind wir quasi das ganze Wochenende unterwegs. Bei uns gibt es quasi kein Wochenende während einer Saison. Deswegen, das kann man so und so sehen. Ich verstehe die eine Seite, stehe aber auch auf der anderen und sehe beide Dinge. Um den Bezug auf Graz jetzt wieder einmal herzustellen. Wie trägt jetzt der Verein Graz und die Niners und du vielleicht in deiner Rolle als Kapitän jetzt dazu bei, die verschiedensten Ausprägungen, Facetten unserer Staaten mitzuformen? Was natürlich einmal gesagt wird, ist, je erfolgreicher wir spielen, umso besser ist es für jeden Grazer, oder wahrscheinlich lustiger ist es für jeden Grazer, uns durchschauen zu kommen. Deswegen, man sieht es nicht nur bei uns, man sieht es auch bei anderen Vereinen. Wurscht wo, je erfolgreicher man ist, umso mehr Leute kommen in die Halle. Und das oberste Ziel muss natürlich von uns sein, dass wir uns jeden Abend so einigen haben, dass das Publikum oder die Grazer einfach gerne in die Halle kommen und uns gerne zuschauen. Und natürlich liegt es auch an uns Spielern, dass wir uns vielleicht auch, keine Ahnung, in der Stadt oder mit Fans, wenn die uns mit uns unterhalten wollen, dass wir uns mit denen unterhalten, was natürlich überhaupt kein Problem ist und ganz normal ist. Wir haben eine Straßenbahn, in der Graz herumfahrt. Also es gibt so Dinge, wo man schon irgendwie, wie soll ich sagen, den Grazer irgendwie das Gefühl gehabt hat, die 99er sind da, haut sich in die Halle, geht es zu schauen. Aber wie gesagt, da können auch wir dazu als Spieler, dass wir erfolgreicher Heißer gespielen, dann kommen natürlich die Grazer Leber zuerst an. Verstehe ich auch voll. Wie oft wirst du in der Stadt angesprochen? Boah, das ist relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann mich da frei bewegen, vielleicht kommt ab und zu mal ein Blick oder so, aber es kommt ganz, ganz selten vor, dass mir da mal jemand anredet oder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie da in Linz war, das ist ganz was anderes gewesen. Linz ist so, wie soll ich sagen, da war halt zu der Zeit der Fußball jetzt nicht so, hat nicht so einen hohen Stellenwert gehabt in Linz, wie dort war. Und das, ja, da war Eishockey, wie soll ich sagen, die Fans waren verrückt nach Eishockey. Deswegen, aber wie gesagt, in Graz, da habe ich eigentlich meine Ruhe und kommt ganz, ganz selten vor, dass die da mal anspricht. Würdest du dir wünschen, dass der Stellenwert des Eishockeys in Graz auch immer ein bisschen größer ist, weil da ja doch Sturm Graz mit dem Fußball sehr dominierend ist und da ist so gefasst, wie sie untergeht vielleicht. Ja, aber da sind wir auch wieder beim Thema, sage ich mal, das hängt dann doch auch von uns Spielern ab. Also, wenn wir eben unsere Leistung bringen, wenn wir erfolgreich sind, dann werden halt wieder mehr Leute über uns reden und die Leute werden in die Halle kommen. Deswegen, das war vor drei Jahren so, wo wir so erfolgreich waren und, ja, wir müssen einfach wieder schauen, dass wir erfolgreicher sind als Verein, als Mannschaft und dann kann sich das Blatt also ganz schnell wenden wieder. Was vor allem mich interessieren würde, ist, in der Eishockey, österreichischen Eishockey-Liga, die ist ja doch sehr stark geprägt von Legionären, von Spielern aus dem Ausland, die dazustoßen und eben die Liga mehr oder weniger bereichern. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit oder das Zusammenspiel eher gesagt mit diesen Spielern? Also, wie wird die kommuniziert? Wie leben sich die überhaupt ein? Also, kann man da auf der gleichen Wellenlänge spielen? Ja, das ist auf alle Fälle. Ich glaube, also, gesprochen wird einmal sowieso nur Englisch in der Kabine. Wurscht, Englisch sollte eigentlich jeder kennen. Ob es jetzt ein Schwede ist, ein Slowake, ein Russe, ganz egal wer. Also, das ist überhaupt nie ein Thema. Und ich glaube, dass Eishockey-Spieler im Generellen relativ lockere Typen sind, also, mit denen man ganz gut auskommt und dort überhaupt noch nie irgendein Problem geben mit irgendeinem Spieler. die kommen her, die fügen sich alle relativ schnell ein, das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, da wird es auch nie ein Problem geben. Wie viel kann man lernen von so Spielern, die aus der NHL, also aus der amerikanischen Liga, kommen und da dann aufspielen? extrem viel natürlich. Allein schon nicht nur am Eis, sondern auch wie sie sich auseits vom Eis verhalten. Wir haben ja einen Tag gehabt, also vor zwei Jahren, der zweite King, der zwei Jahre gespielt hat, er ist zweimal Standycup-Sieger geworden in der NHL. Also das war ganz eine richtige Persönlichkeit einfach und eigentlich ein relativ ruhiger Typ, aber wenn er was gesagt hat, dann hat jeder zugehört und jeder Respekt gehabt. Ja, man kann so viel lernen von denen und es ist natürlich schön, wenn man mit so Leuten sammenspielen kann. Dann lass uns jetzt zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen. GRK oder Sturm? Sturm. 8010 oder 8020? 8010. Bier oder Wein? Wein. Aufsteirern oder Grazathlon? Aufsteirern. Plabutsch oder Schöckl? Schöckl. Sagt man der oder das Teller? Der Teller. Okay, jetzt kommen wir ganz zum Ernsten zurück. Was steht nach der SHK-Karriere an? Was steht an? Ich mache jetzt im Sommer Web- und Social Media Marketing-Management-Ausbildung. Ich habe früher schon ein bisschen mit Versicherungen gemacht, habe mich jetzt nicht so getaugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das Thema eben mit Web- und Social Media Marketing-Management, das ist, das taugt mir. Ich habe mich da schon ein bisschen eingelesen und habe mich schon ein bisschen herangeprobiert und so. Das könnte ich mir vorstellen, natürlich, wer weiß, gibt es eine Option, in der Meishockey zu bleiben. Ich will mich jetzt noch auf nichts festlegen, sage ich mal. Ich hoffe doch, dass ich noch ein paar Jahre spielen kann und dann werden wir sehen, was passiert. Aber wie gesagt, ich möchte mir schon ein paar Türen ein paar Sachen anschauen, sage ich mal, und dann werden wir entscheiden, was ich nachher mache. Du bist mit deinen 32 Jahren ja jetzt noch nicht allzu alt und relativ jung, aber was würdest du aus heutiger Sicht deinem 18-jährigen ich raten? Wie ich schon vorher gesagt habe, ich würde einfach vielleicht ein bisschen lockerer an die ganze Sache herangehen, generell ans Leben, sage ich mal. Es ist alles so, man macht sich selber so viel trocken, es ist alles so ernst und ich sage, man sollte eigentlich aufstehen in der Früh und man sollte eigentlich froh sein, dass man gesund ist. Einfach mal mit, man redet wirklich, nie wirklich drüber, aber es sind alles so Dinge, man macht sich so viele Gedanken über andere Sachen und man ärgert sich über Autofahrer in der Stadt drinnen oder keine Ahnung was und dabei sollte man einfach mal andere Sachen schätzen, wie eben Gesundheit, dass man gesund ist, dass man vielleicht eine tolle Familie hat. Es sind alles so Dinge, die ich sage, sind extrem wichtig und ich glaube, einige oder viele wissen das gar nicht zu schätzen, wie wichtig eigentlich sowas ist und deswegen, ja, würde ich sagen, einfach einmal nachdenken drüber, was eigentlich wichtig ist im Leben und, ja, einen Spaß haben. Ich würde jetzt einen Satz vorlesen, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass... Ja, wichtig, wie ich schon vorher angesprochen habe, mit dem Verkehr, vielleicht, es ist schon, kommt mir extrem vor in Graz, dass eben die Straßen schon extrem verstopft sind und so, vielleicht wäre es wichtig, wenn sie vielleicht ein paar mehr auf die Radl setzen, eben vor allem bei einem schönen Wetter und sie vielleicht mit dem Radl mehr bewegen oder so nutzen können, allein schon für die Umwelt und, ja, vielleicht auch mehr Straßenbahn und eine Putze benutzen würden und, ja, es sind Sachen, die sicher nicht schlecht sind, allein schon für das Leben und die Umwelt in Graz. Wenn man nicht jeden Tag die Chance kriegt, mit einem Eishockeyspieler zu reden, hätte ich noch folgende Frage und zwar, Eishockey ist ja generell eher so ein ruppiger Sport, wo es, ja, ordentlich zugeht, würde ich jetzt mal sagen und es kommt ja nicht selten vor, dass es doch auch zu Schlägereien kommt am Eis. Wie stehst du persönlich zu dem Thema Gewalt im Sport? Also im Eishockey-Sport? Also erstens einmal, ich würde dann sagen, dass das Eishockey ein, wie soll ich sagen, ein schlimmer Sport ist oder ein wilder Sport, sage ich mal, weil wir sind alle so gut geschützt und wenn man da ein bisschen einen Check kriegt, dann mal, das schaut vielleicht von außen spektakulär aus oder wilder, als es wirklich ist, weil im Endeffekt kann da relativ wenig passieren, sage ich mal. Gewalt im Sport, ja. Beim Eishockey, sage ich mal, sind halt so viele Emotionen dabei und wenn da zwei einmal ein Problem haben und sie, keine Ahnung, ich habe lieber so, als wenn sie zwei einmal, auf gut Deutsch gesagt, in die Goschen haben, bevor sie da irgendwie, keine Ahnung, mit einem Schläger herumhauen und sie versuchen, so irgendwie wehzutauen. So ist das nachher erledigt, dann ist es vorbei und das Spiel geht weiter. Und so generell auch Gewalt im Sport, also ich sage einmal, von Fans und so, sowas, von sowas heute eigentlich nicht viel, sage ich mal. Es hat dann am Sportplatz, so wie in einer Eishalle oder Wurscht war, so wie in mir nichts verloren und wenn ich mir denke, wenn da Familien hingehen mit ihren Kindern und so, finde ich das einfach nicht gut und ich hoffe, dass das immer weniger wird. Und was war dein dein härtester Kampf? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch einmal eine kleinere Rafferei gehabt, das war ein Nachwuchs und ich bin jetzt nicht so der Typ, der den Kampf sucht am Eis, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt nicht so die Statur für einen, sage ich mal, ich schaue nicht einmal als Eisergespieler, aber ich habe nicht so die Statur, dass ich da eigentlich boxen muss am Eis. Ja, mit unserem Format Graz gehabt verfolgen wir nicht nur das Ziel, dass wir mit so Persönlichkeiten wie mit dir in Kontakt kommen und einmal plaudern können, sondern auch, um unseren zu sehr erinnern und zuhörern, vielleicht die Möglichkeit zu geben, leichter mit diesen Personen in Kontakt zu treten. Daher einfach die Frage an dich, wie kommt man mit dir in Kontakt? Wie kommt man mit mir in Kontakt? Naja, ich bin auf Facebook vertreten, auf Instagram vertreten, bin auch öfters in der Stadt, also ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn jemand was wissen will von mir und mich anspricht. Also ich bin da ein relativ offener Mensch, ich bin da relativ locker, also ich hätte überhaupt kein Problem, wenn mich irgendwer anschreibt oder keine Ahnung anspricht in der Stadt. Ich habe immer Zeit für einen kleinen Stratscherl, deswegen das mache ich gern. Jetzt zum Schluss schon hin, welche Botschaft würdest du gerne unseren Zuhörern oder Zuseherinnen mitgeben? Ich sage immer, so in Zeiten wie diesen hoffe ich natürlich, dass wirklich alle vernünftig sind, alle Grazer, Entschuldige, Grazerinnen und Grazer und ja, ich hoffe natürlich, dass alle gesund sind und gesund bleiben auch. Es ist eine extrem schwierige Zeit. Ich hoffe, dass das Ganze bald vorbei ist und wir wieder bald zum normalen Leben zurückgehen können und dann einfach ist das Leben wieder genießen können und wieder die kleineren Dinge mehr schätzen. Dann zum wirklichen Abschluss haben wir jetzt noch ein paar offene Sätze, die du uns einfach spontan vervollständigst. Und zwar, dein Lieblingsort in Graz ist? Überall der Mauer entlang, am Radlweg fahre ich sehr gern. Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal ja schon am Schloss Bergwilfen sein, hätte ich gesagt. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das? Das Eishockey der schnellste Sport der Welt ist. Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war? Die war wahrscheinlich, ah, die war heute ein Mitspieler von mir, weil ich habe mich jetzt gefragt, ob ich jetzt mitfahren will. Ich war ein Zahnarzt, der mir am Montag in Linz bei meinem Zahnarzt hat sich gefragt, ob er mitfahren will. Das war meine letzte WhatsApp-Nachricht. Also, du lebst in Graz aber fast nach Linz zum Zahnarzt. Ja, das ist ein guter Freund von mir und ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so ein großer Zahnarzt-Fan, sage ich mal, und bei dem ist alles immer schmerzfrei und da gehe ich wirklich, also, so ein Zahnarzt wo ich gerne hingehe. Also, und ich freue mich schon drauf, dass ich wieder sicher und fair bin. Ja, Daniel, vielen Dank für deine Zeit, danke fürs Interview, danke für die Einblicke in den Eishockeysport und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Ich sage danke für die Einladung und ich hoffe, bis bald. Das war das Interview mit dem Kapitän Daniel Oberkowler. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.